Musik 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 Weinst du, sie geben uns für zwei Rabatt? Also, nenen Rabatt? Für zwei was? Na, wenn du mich fragst, nach gestern Abend. Eigentlich gehört Armin hier auf dem Tisch und nicht Paulchen. Wir können ja mal fragen. Wir sind dann soweit. Es gibt jetzt gleich einen kleinen Pieps. Paulchen. Augen tun durch, das wird schon. Wenn sie die Hoden mitnehmen wollen, das kostet dann aber extra. Ich glaube, die können sie behalten. So, in zwei Minuten sollte das Narkotikum wirken. Ihr könnt dann. Drei, zwei, eins, los! Paulchen! Geh die Brotchen! Es wirkt ja gar nicht. Aus! Eine Kastration wird wahren Wunder. Lass uns und ihr kleiner Liebling sein. Sie werden ihn kaum wiedererkennen. Ja, sieht mal. Paulchen! Wir wollen doch nur dein Bestes! Wie geht es uns jetzt? Uns? B-b-bestens! Danke der Nachfrage! Noch ist alles dran. Ich meine ihren kleinen Liebling. Der ist immer noch putzmunter! Nicht mehr lange! Ich bin los! Nee! Also nicht. Ich bin los! Vielen Dank.